Hallo liebe Zuschauer von Druschba.fm. Heute in der Sendung mit Dirk Pollmann. Wir haben uns für ein Druschba-Gespräch hier in Berlin getroffen und wollen über Nawalny neues Palast-Video, also ein Entschuldungsvideo sprechen, wo er quasi beweist auf seine Art, dass Putin so ein Reichstum hat und von allem einen unnötigen Reichtum. Hältst du dieses Video für Fake? Meinst du, wir schaffen das hier jetzt, das zu beweisen? Also das Video ist kompletter Fake und wir können es jetzt dekonstruieren in allen Details. Es ist ein Skandal, muss man sagen, dass so etwas, also so eine Geschichte nicht sofort korrigiert wird. Das sind 100 Millionen Leute, haben es geguckt. SPD-Abgeordnete fordert von Putin eine Stellungnahme dazu. Bis in die EU im Parlament werden alle möglichen Politiker, fordern jetzt die Aufklärung darüber, was da ist. Und es ist alles erstunken und erlogen. Und wir sollten es der Reihe nach jetzt durchgehen. Das Erste, was mir auffiel, als ich es gesehen habe, hatte mir jemand geschickt und sagte, es geht auch irgendwie um Dresden. Aber ich bin dann in dem russischen Palast hängen geblieben, von dem sich jetzt erstmal herausgestellt hat, das können wir nachher nochmal extra machen, aber es ist ein Hotelrohbau, also hat mit Putin gar nichts zu tun. Ist auch nicht der Auftraggeber. Aber das Erste, was mir auffiel, waren die Computergrafiken. Das heißt, man guckt hin und sieht, so Moment mal, was ist das jetzt? Ist das jetzt echt? Nee, das ist doch eine Computergrafik. Merkst du, die sind ja mittlerweile sehr gut, gerade im Architekturbereich. Und dann war die Frage, warum wird das eigentlich nicht thematisiert, dass es eine Grafik ist und dann wäre ja die Quelle, könnte ja immer noch echt sein. Hat da jemand Entwürfe, Zeichnungen, Fotos von meinetwegen dem Innenarchitekten verwertet? Aber es wurde unklar gehalten. Das ist das Erste. Und dann war es so, das fiel mir bei allen Videos schon auf. Wir haben auch schon mal drüber geredet. Vom professionellen Standpunkt aus gesehen sind diese Videos alle super gut geschnitten. Also das ist so quasi Musikvideostil. Hollywood-Art. Es ist richtig mit Geld, sozusagen sind richtig, auch wenn es nur YouTube-Videos sind, sind die von der handwerklichen Qualität, von dem, was dahinter steht, auch in der Kamera, also sozusagen Spiegelung, Reflektion, das Ganze, was man so, wenn man nicht Vollprofi ist, wenn man auf anderen Bereichen deletiert, ja, wo sozusagen immer so mögliche Fehler sind. Und man sieht, das sind Kameragänge, die eigentlich mit Steadicam gemacht sind, ja, also saubere. Und als live verkauft. Als live verkauft. Also es waren alles so Sachen, wo ich da, ui, 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 da sind Leute am Werk, die es sehr gut können und die faken. Also das heißt, die nicht wahrheitsgemäß agieren. In dem einen Fall mit dem Telefonat, das müssten wir auch nochmal auseinandernehmen, machen wir vielleicht eine Extrasache draus, wo er sagt, ich habe mit meinem Mörder telefoniert, ja. Ja, ist zum Beispiel ein Telefongespräch, was sozusagen konstant durchgeht. Also das würde man, wenn man jetzt wirklich da sitzt, würde man das nicht so drehen können. Man würde sozusagen, man weiß ja nicht, was man kriegt. Das sieht also aus wie eigentlich eine inszenierte Szene aus einem Spielfilm, all solche Sachen. Aber das fiel mir auch bei diesem Video eben, Moment mal, was ist hier eigentlich los? Und dann kam relativ bald, kam das erste, das war, habe ich eine Sache sogar über dich bekommen, über Telegram auch noch, also Telegram-Kanäle, wo mich Leute darauf aufmerksam gemacht haben. Da gab es so in Kaliningrad, also Königsberg-Kaliningrad, gab es so einen Deutschen, der da wohl lebt. Und der macht sozusagen sehr preußische Videos. Aber es war ja gut, er hätte das übersetzt ins Deutsche und dann konnte man sich das angucken. Also es waren zwei russische Filmer da und zeigen, es gibt keinen Palast in dem Sinn, es ist ein Rohbau. Der ist wirklich im absoluten Rohbaustadium, nichts verputzt. Die ganzen Baugeräte stehen noch innen drin, die Baumaterialien stehen innen drin. Es ist querbeet, also die spachteln gerade so mal die gröbsten Risse sozusagen von Materialien aufeinander stoßen zu. Und man sieht eben, huch, ja, das war der erste Punkt. Und dann kommen viele andere, gehen wir aber vielleicht gleich noch darauf ein. Dann wird gezeigt, Nawalny sagt ja, das Meer drumherum ist abgesperrt, Sperrzone obendrüber ist ein Luftsperrgebiet. Und der Präsidentensicherheitsdienst, speziell für den Präsidenten, ist dort aktiv. Und dann sieht man in dem Video von Rossier 1, dass die hingehen, das ist eine Kanzerne der Grenztruppen, in zwei Kilometer Entfernung ungefähr. Und die ist der Grund für das Luftsperrgebiet, das ist ein militärisches Sperrgebiet. Und darüber ist zu, dass mit der Sperrzone am Meer stimmt nicht. Die Leute gehen dort fischen, nach den Aussagen von einem der dort gearbeiteten Bauarbeiter. Und die ganzen Sachen, von denen wir gehört haben, also das heißt, es gibt eine Fülle. Es gibt ja angeblich diese goldenen Klobürsten. Es gibt Klobürsten, wie sie bei Bauarbeitern aussehen. Das will ich jetzt näher ausführen. Also sozusagen Fake. Dann der Pole Dancer für Striptease-Tänzerinnen, ich kenne mich jetzt nicht so gut, also die sozusagen am Pfahl da tanzen. Das ist auch Computeranimation von dem Theater, Spezialtheater ist nichts da, die Eislaufhalle unten drunter. Oder das könnte es geben, das weiß ich jetzt gar nicht. Das Schwimmbad ist ein Springbrunnen, der im Eingangsbereich ist. Das Ganze stellt sich raus als Luxushotel. Von Rosenblatt hieß es, heißt er, glaube ich. Der Bauunternehmer ist mittlerweile auch klar. Das ist jemand, der gebaut hat die Brücke zur Krim. Also ein großer Oligarchenbauunternehmer, im weitesten Sinne auch mit Putin bekannt, ja, in irgendeiner Form. Aber das ist nicht, Putin ist nicht der Eigentümer. Es soll ein Luxusappartement mit 17 Apartments werden, eben in wunderschöner Lage. Also die ganze Geschichte entpuppt sich von dieser Seite her schon, ja, als absoluter Fake. Und dann kommen die Sachen dazu, jetzt kommen die Nächsten, worauf hingewiesen wird in der Bearbeitung von Rossier. Ja, ist, dass so ein paar Punkte, Klobürste eben Bullshit und dann das schmiedeeiserne Tor mit dem Zarensigné, was sich öffnet, hat ein Wappen, was nicht dazugehört. Was jetzt jedem Russen auffallen würde, können wir gleich noch, würde ich von dir gerne was hören. Russen, also das heißt, als wenn man jetzt in Hessen lebt, sage ich mal, und hat da den hessischen Löwen auf dem Wappen und auf einmal würde einem ein Wappen mit einem Einhorn verkauft werden, wird jeder Hesse merken, Moment, hier stimmt was nicht, ja. Ja, passiert also nur Leuten, die von woanders kommen. Dann gibt es noch ein weiteres Signet, das ist auf den Bauplanungen steht Dirt Room, das haben die Russen gezeigt. Das ist ein englischer, amerikanischer Begriff für den Flur, wenn man reinkommt, wo man die schmutzigen Klamotten auszieht. Gibt es aber, im Deutschen sagt man Hausflur, bei den Russen sagt man Korridor, glaube ich, also gibt es nicht, ist und wird übersetzt mit Schmutzraum dann, ja, also übersetzt ins Russische. Das ist ein, beides sind Indizien dafür, dass es gar kein russischer Text ist, sondern ein englischer Text, der ins Russische übersetzt wurde. Dazu kommt obendrauf noch, dass das letzte jetzt, was ich erstmal anfühlen will, dass klar ist mittlerweile, dass dieses Video in Deutschland gedreht wurde, von einer Firma, die es noch nicht lange gibt, das ist ein amerikanischer Auftrag, die ganze Moderation von Nawalny wurde dort gedreht, es wurden noch Fehler eingebaut, das gesagt wurde, die Bibliothek von Nawalny, absolut luxuriös, das ist ein Foto von der tschechischen, von der Prager Staatsbibliothek. Also auch das ist sozusagen eine Aneinanderreihung von Fakes, das ist in Deutschland gedreht, offenbar mit, die Firma hat gute Verbindungen mit USA, der Auftrag kam aus USA, 300.000, der Auftrag wurde losgetreten in dem Moment, als Nawalny noch mit dem Leben ringend oder mit dem Tode ringend im Krankenhaus lag. Also die ganze Geschichte wird immer schräger. So und jetzt kommen wir aber dazu, was ich dann erfahren habe, dass die Russen über dich erfahren haben von diesem Artikel aus dem Schwarzwälder Boten oder wie das ist, irgendeine Schwarzwälder Allgemeinde, Zeitung, also das war in Russland gar nicht bekannt, das würde ich gerne mal wissen, wie kann das sein? Es war wirklich so, anscheinend fehlen nicht nur Spezialisten, Journalisten von Deutschland in Russland, sondern in Russland sind auch nicht viele Journalisten, die für russische Medien arbeiten, auch in Deutschland. Und ich habe ja einfach, so wie ich das immer mache, für meine Medienanalyse, die ich auf Russisch mache, ich mache es auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe ja einen YouTube-Kanal, wo ich früher nur Videos von Deutsch übersetzt habe, auf Russisch, also mittlerweile mit 500.000 User. Und jetzt mache ich auch so Medienanalyse. Ich sammle einfach die Artikel und analysiere ich in einem Video. Und für diesen Zweck habe ich auch dann bei mir im Facebook den Artikel von Nachtenseite gefunden, von Albrecht Müller. Und da stand einfach quasi sein kurzes Kommentar über einen kleinen Wutbrief an Frau Merkel und Steinmeier, wo ein ganz normaler Bürger, der diesen Schwarzwälder Bote gelesen hat, ist ja eine regionale Zeitung, niemand kennt sie. Das war ein Politiker, das war ein SPD-Politiker und zwar ein ziemlich Bundestagsabgeordneter. Da stand nur ein Name drauf. Ja, ja, aber den kennt der Albrecht Müller halt aus der SPD. Und der Albrecht Müller hat dann auch gefragt, warum haben sie denn in dem Brief es nicht bleiben lassen, auch noch Putin wieder herunterzuputzen. Und dann sagte er, ja, das gehört sozusagen zum guten Ton. Man muss also, wenn man sich über Russland sagt, man muss man auch mal kurz einmal draufhauen, einmal gegentreten, einmal draufpinkeln. Das ist mittlerweile eingerissen und das hat er sogar so zugegeben. Ja, das ist okay. Und diesen Artikel habe ich gelesen und habe gedacht, da ich ja diese russischen Berichte schon über den Schloss mir eingeschaut habe, auch von Recyan Eint, habe ich gedacht, okay, ich habe noch nichts davon gelesen in Russland. Und dann habe ich gesagt, wir machen einen Bericht. Ich kenne einen Journalisten auf der Krim, mit dem wir oft so Skype-Kommentare aufschreiben für seine Arbeit bei den regionalen Sender im Sevastopol. Und da ich schon spät war, bei uns war es schon 10 Uhr, ich habe ihn angerufen und gesagt, Denise, ich schaffe das Video nicht mehr zu produzieren. Ich muss morgen meine Kaffeemaschine reparieren bei meiner Haupttätigkeit. Lassen wir uns mal morgen früh skypen. Deswegen sehe ich auch total verschlafen auf dem Bild. Und ich habe ihm einfach quasi das Bericht von Albrecht Müller halt vorgelesen und halt die Links geschickt auf den Schwarzwälder Bote. Also Faktencheck, wie man das macht. Und der hat dann halt recherchiert, auch den Studio gefunden, auch die Videos, die Werbevideos von dem Studio und hat einfach meine Kommentare mit diesen Bildern verseht. Und auf seinem YouTube-Kanal hat 10.000 User oder so von diesem Sender und halt natürlich in Sendung auch gezeigt. Und ich habe das dann einfach abends, dann wo ich fertig war, habe ich das bei mir verbreitet. Und am nächsten Tag war dieses Bericht in allen Medien, in allem Großen und am Ende der Woche auch in alle Tagesschau. Also so in Wochenschau. Überall quasi erstmal haben sie immer gezeigt, den Palast, der ja kein Palast ist, wo kein Möbel ist. Und dann quasi wie es gedreht worden ist, mit welchem Aufwand. Und natürlich auch gesagt haben, das ist auch die These jetzt in Russland, das ist irgendwie von Westen oder mithilfe von Westen, von wem wird es ja nicht gesagt. Also vieles zeigt jetzt USA auch diese Verbindung mit diesem Studio im Schwarzwald. Und von allem auch wird gefragt, das habe ich mich auch gefragt in meinem Kommentar, wie kann das sein, dass es ein doppelt von Novichok zweifach vergifteter Mann hier wochenlang, das steht ja auch in diesem Schwarzwäder-Boote, weil die haben ja die Besitzer interviewt, die haben mit Nawalny wochenlang intensiv gedreht. Und Dreharbeiten, also in ganzem Deutschland, von allem, der wurde ja geheim, also es war geheim gehalten. In der Pandemie sind die in ganzem Deutschland rumgefahren. Unter Staatssicherheit, Apparat quasi, wurde er bewacht. Und keine Medien, niemand hat es darüber berichtet. Nicht einmal Korrektiven mit denen, die in diesen Dressen zusammen waren. Der übrigens auf dem Bad FPP zwei Maske getragen hat, was ja beim Söder überhaupt nicht erlaubt ist. Bemerkung am Rande. Und es hat wirklich wie eine Bombe eingeschlagen. Das war nur, das ist halt quasi der fehlende Puzzle wurde das. Also wie das alles abgelaufen ist. Das ist Regie, dann Produktion und dann natürlich diese ganze Fake-Verbreitung und Sanktionen. Das sind diese drei Komponenten, das läuft immer gleich ab. Jetzt kommen wir nochmal, das sind ja mittlerweile über 100 Millionen. Also Russland hat ungefähr 150 Millionen Einwohner. Dicker Daumen, ja. Also zwei Drittel, wenn man jetzt sieht, das klingt das so, zwei Drittel der Russen haben es gesehen und die gehen jetzt auf die Straße und demonstrieren. Erstmal, das wären dann zwei Drittel inklusive Säuglinge und Leuten, die im Altersheim sozusagen sitzen. Also die wahlberechtigte Bevölkerung ab 16, sag ich mal, bis 80 oder sowas ist ja geringer. Aber das sind ja unglaubliche Zahlen. Und wäre jetzt ja die Frage, ist überall, also CNN hat es verlinkt, BBC hat es verlinkt, CNBC, das kanadische Fernsehen, die Australier haben es verlinkt, überall war es verlinkt. Und also die Frage ist, wie viel von diesen 100 Millionen kommen eigentlich woher? Das ist ja über Google Analytics, was ich jetzt nur von unserem Kanal kenne. Da guckt man ab und zu, also der Robert guckt fürs dritte Jahrtausend rein, der Markus, ich glaube gar nicht, dass er so intensiv, wir reden da über andere Sachen, reinguckt. Aber man kann, soweit ich das kenne, kann man eigentlich genau sehen, wer es geguckt hat. Das wäre also eine Recherchefrage an die Kollegen von Korrektiv doch mal zu checken. Wie viele Russen haben das, oder vielleicht sagst du das mal. Ja, also zumindest mal von meinem Kanal, seit 2014 weiß ich ganz genau, die letzten Jahre, wo ich nur über Politik und Beziehungen zwischen Deutschland und Russland gesprochen habe, war es, sage ich auch bei mir, nur 70 Prozent aus Russland. Dann war Ukrainer, Kasachstan, Deutschland. Mittlerweile ist es so, dass ich habe 50 Prozent aus Russland von Klicks und 20 aus Deutschland und dann geht es runter. Das heißt, von allem, du kannst wirklich sehen, zielpunktgenau, welches Alter von welchem Gerät und von welchem Land welches Video geguckt worden ist. Das heißt, du kannst, also ich würde mal, weil Deutschen, also zum Beispiel in deutschen Medien haben wir vor kurzem mal eine frische Sendung nachgehört, das wird ja als Beweis dafür verkauft, weil die ja so viel geguckt haben, dieses Video geschaut haben, heißt der Widerstand, also quasi die Meinung zum Putin ist gekippt, das ist alles im Gegenteil. Alle sind dagegen, weil deswegen schauen sich ja so viele Menschen an. Erstens, also wenn es jetzt so wäre, dann hätte ich gern die Analytik gesehen, wie viel aus Russland gesehen worden ist, wie viel aus USA, wie viel aus ehemaliger Sowjetunion, sowjetische Republik, weil da sind insgesamt über 300 Millionen Menschen und in Ukraine sind 40 Millionen. Also ich würde gern als Bestätigung dafür, dass wirklich aus Russland geschaut worden ist, einfach die Analytik veröffentlichen. Von Nawalny-Kanal, Video gibt es ja. Also das ist die ganze Sache, muss man sagen, eigentlich müsste man ja erwarten. Ich habe zwei Fragen eigentlich an dich, ja. Das eine ist, ich will das nochmal einmal kurz kommentieren. Wir haben es mit einem, mit einem kompletten Fake-Ereignis zu tun, ja. Das, wo es Anfragen gibt von eben SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament, überall wird das bearbeitet. Und das ist eine Riesennummer immer noch. Also wird, wir haben uns, du hast das gehört, ich habe es gehört vom Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur. Das werden wir mal sozusagen Horror live. Unglaublich, ja. Also eine echte Propagandasendung, die dort gelaufen ist. Und dort wird darauf Bezug genommen. Auch auf der Klobürste, ne? Auf die Klobürste, sozusagen, als wenn das alles noch echt war. Also das ist die Art von Faktenchecken, die in Deutschland beim Journalismus stattfindet. Das ist die Art von Propaganda, das ist abenteuerlich, das ist eigentlich grotesk. Und es ist auch ernüchternd und erbärmlich, kann ich das nur bezeichnen, dass man in dieser Kategorie, in dieser Größe, das kann man eben nur dadurch erklären, dass es propagandistisch gewollt ist. Also das heißt, dass es hier nicht um eine Aktion geht von jemandem, über die berichtet wird, sondern es ist eine richtig konzertierte Aktion mit EU-Parlament dabei. Ursula von der Leyen ist ja mit ihrer East-West-Redcom, ist ja sowieso in diese Richtung schon unterwegs. Also das ist abenteuerlich, was dort stattfindet. Dann gibt es noch ein weiteres Video, was wir auch unbedingt verlinken sollten da drin, was du mir geschickt hattest. Das konnte ich fast nicht glauben. Also ich gehe davon aus, das ist Geheimdienstmaterial, das ist abgehört im Gespräch, wo der oberste Oligarch aus der Nawalny-Gruppe sich trifft mit einem MI6-Agenten. Und die besprechen 20, 30 Millionen, wie viel man braucht, um ordentlich was loszutreten. Also vielleicht kannst du das nochmal, du hast es ja auch verstanden, was die da reden. Genau, es wurde komischerweise schon nach unserer Enthüllung und Enthüllung über diesen, also in Russen Medien, über diesen Palast-Video nochmal diese eigentlich eine alte Aufnahme veröffentlicht, weil die ist auch überhaupt nicht aktuell, die ist mehrere Jahre alt und hat wohl, FSB hat das schon immer gehabt und hat aber nicht benutzt. Und da sitzt der Ashokov, der ist ja eigentlich ein Finanzierer, also der leitet die ganzen Finanzen bei diesem Projekt von Nawalny, die Antikorruption. Antikorruption, das ist ja auch die mit ihm und ihr in sich. So, und da sitzen die mit diesem britischen, also eigentlich ist es ein Abgeordneter oder halt ein Agent, wie man in Russland sagt, von MI6 und dann Ashokov sagt einfach zu ihm, wenn wir hier richtig Proteste einschüren wollen, brauchen wir 10 bis 20 Millionen Dollar im Jahr. Ich glaube, wenn man jetzt in Deutschland, also querdenke 20 Millionen kriegen würden wollen, werden sie auch hier Proteste etwas massiver ausbauen. Aber das ist ja genau der Gegensatz in der ganzen Geschichte. Von einer Seite ist es gar nicht mehr, das wissen auch sehr viele, dass er von Westen, zumindest mal, dass er unterstützt wird, ist ja klar, dass er auch die Regie gemacht wird und das wissen auch sehr viele Russen, deswegen nehmen die den gar nicht wahr. Und von anderer Seite, es wird hier in Deutschland ein Oppositioneller, als Retter der Russland dargestellt von einem russischen Volk, der jetzt ja voll da hinten steht, die Sanktionen gegen das russische Volk fordert. Wer leidet in der ersten Linie, wenn die Sanktionen gegen Nord Stream 2 oder sonst was? Klar, die Alligarchen verlieren Milliarden, aber wer leidet am meisten? Der einfache russische Bürger. Der einfache russische Bürger. Vielen Dank.